Die hohen Zinsen sorgen aktuell dafür, dass viele interessante Objekte auf den Markt kommen. Vereinzelt besteht sogar die Möglichkeit, nicht nur die Immobilie als Asset, sondern gleich die gesamte Immobilie in GmbH von bisherigen Eigentümern zu übernehmen. Im vorherigen Video haben wir uns angesehen, welche Möglichkeiten es beim Verkauf einer Immobilie in GmbH gibt. In diesem Video widmen wir uns jetzt der anderen Seite, nämlich dem Käufer. Welche Möglichkeiten dir als Käufer offen stehen und welche Vor- und Nachteile mit diesen Varianten verbunden sind, das erfährst du in diesem Video, also bis zum Schluss dranbleiben. Mein Name ist Roman Jagersbeck, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. In Zeiten immer noch sehr hoher Zinsen kommen natürlich auch immer mehr Immobilien auf den Markt. Aber nicht nur einzelne Objekte können gekauft werden. So manche Immobilieninvestor verkauft auch gleich seine gesamte Immobilie in GmbH. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich ein zum Beispiel größeres Zinsaus im Bestand befindet. Ab einer gewissen Größe kann es sich nämlich schon auszahlen, dafür eine eigene GmbH zu gründen. Nun möchte eben der Verkäufer dieses Zinsaus abstoßen. Dazu hat er zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, er verkauft Immobilie als sogenannten Asset-Deal. Für dich als Käufer bedeutet das, dass du ganz normal eine Immobilie kaufst. Du kannst das Ganze privat oder über eine Immobilie in GmbH durchführen, diesen Kauf. Wenn du mehr zu den Vorteilen einer Immobilie in GmbH erfahren möchtest, schau dir gerne dieses Video an, was wir dir hier oben verlinken. Denn da bin ich auf die Vorteile der Immobilie in GmbH schon sehr ausführlich eingegangen. So, du kaufst jetzt die Immobilie. Das bedeutet, dass du dich um die Finanzierung kümmern musst, sofern du die Immobilie nicht zu 100% aus Eigenmittel stemmen kannst. Diese Variante hat zwei entscheidende Vorteile für dich. Vorteil 1, du kannst die Anschaffungskosten abschreiben. Die auf die Anschaffungskosten sowie Anschaffungsnebenkosten, das wären Grunderwerbsteuer, Grundbuchentrührungsgebühr, Maklerkosten, Vertragserrichtungskosten, Beglaubigungen usw. Also auf diese Kosten entfallende Gebäudeanteil dient dann als Abschreibungsgrundlage. Und davon kannst du je nach Nutzung 1,5 bis 2% pro Jahr abschreiben und somit deine Steuerbelastung reduzieren. Der Vorteil bei diesem Asset-Deal ist, dass du eben nur die Assets übernimmst. Die GmbH verbleibt beim Verkäufer. Und der Vorteil Nummer 2, die Zinsen der Finanzierung sind abschreibbar. Das heißt, egal ob du die Immobilie mit deiner GmbH oder du die Immobilie als Privatperson kaufst, wenn du damit Einkünfte erzielst, kannst du die Zinsen steuerlich geltend machen, als Betriebsausgabe bzw. als Werbungskosten. Da es aber bekanntlich keinen Vorteil ohne Nachteile gibt, möchte ich natürlich auch auf die Nachteile beim Asset-Deal eingehen. Beim Kauf der Immobilie fallen die vorhin erwähnten Transaktionskosten wie Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragungsgebühr an, aber auch noch Vertragserichtungen, Beglaubigungen und so weiter, diese Nebengeräusche. Da kommen dann bis zu 10% der Nebenkosten dazu. Und auch musst du dich wieder um die Finanzierung kümmern, die aufgrund der aktuellen Zinslandschaft leider ziemlich teuer ausfallen wird. Wenn dieses Video bis hierher jetzt für dich schon wertvoll war, dann bitte sei so nett und gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal, denn damit hilfst du uns, mit unseren Videos noch mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt schauen wir uns die zweite Möglichkeit an, weil vorhin mal gesagt, Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist jetzt, der Verkäufer verkauft dir nicht die Immobilie, sondern die Anteile an der GmbH und damit auch automatisch die Immobilie, die sich ja in dieser Gesellschaft befindet. Dieser Share-Deal bietet dir dann zwei unschlagbare Vorteile. Vorteil Nummer 1, du sparst dir einen großen Teil der Transaktionskosten. Beim Kauf der GmbH fällt nämlich keine Grundbucheintragungsgebühr an. Und wenn du den Kauf steuerlich geschickt planst, kannst du dir bei eben richtiger Gestaltung sogar auch die Grunderwerbsteuer komplett sparen. Beim Asset-Deal schaffst du das nicht. Und der Vorteil Nummer 2, da sich erlediglich der Eigentümer der Gesellschaft ändert, bleibt die bereits bestehende Finanzierung in der Gesellschaft weiterhin aufrecht. Wenn es für die Immobilie einen günstigen Fixzinskredit gibt, dann ändert sich da auch nichts. Man muss halt nur aufpassen, ob der bisherige Eigentümer irgendwelche persönlichen Haftungen übernommen hat, dann könnte es kompliziert werden oder etwas schwieriger werden. Aber nicht nur der Asset-Deal, sondern auch der Share-Deal hat Nachteile. Ein Nachteil ist, dass du die Finanzierungskosten des Beteiligungswerbs nicht absetzen kannst, sofern du die Anteile als Privatperson kaufst. Erwirbst du die Immobilie im GmbH über deine Holdinggesellschaft, kannst du die Zinsen für den Kredit abschreiben. Also haben wir auch hier wieder einen Vorteil für eine Holdingstruktur. Nachteil Nummer 2, beim Share-Deal kaufst du nicht nur die Immobilie, sondern auch die gesamte Geschichte der GmbH, also das Gesamtpaket. Und somit auch alle eventuellen Leichen, die sich im Keller der GmbH befinden. Eine Betriebsprüfung könnte dann eventuell in Zukunft für Überraschungen sorgen. Daher solltest du in diesem Fall nicht nur die Immobilie vor dem Kauf gründlich durchleuchten, sondern auch die GmbH selbst und wir Steuerberater unterstützen dich in diesem Fall gerne bei dieser Due Diligence. Wenn du überlegst, eine Immobilie im GmbH zu gründen oder bereits über eine Holdingstruktur mit eigener Immobiliengesellschaft verfügst, dann komm gerne in unsere GmbH und Holding Community. Den Link dazu findest du hier. Und wenn du wissen möchtest, welche Vorteile dir eine Immobilie im GmbH grundsätzlich bietet, dann schau dir dieses Video an. Bis zum nächsten Mal.